Liebe Zuschauer, das ist unsere Arseneer-Sendung heute. Arthur. Von dir will ich gar nicht reden, aber das ist so eine Bremse, weißt du? Du bist auch eine Bremse. Lieben Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Schwuchtel und Hobos, bei der Geburtstagssendung. Da hatten wir gleich wieder ein Clipping, ist okay. Was für ein Clipping? Gut, Arthur. Verdammte Scheiße. Test. Ton klippt. Der Geburtstagspodcast mit dem Geburtstagskill. Arthur. Ja. Sag mal, Arthur, du hast Geburtstag. Er hat mir noch nicht gratuliert. Doch, hab ich wohl. Nee, gerade oben. Du hast nur so, das Geburtstag, du hast noch nicht gesagt, Arthur, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Das ist mir aufgefallen, das machst du auch nicht. Das machst du auch nicht. Dafür hab ich ein Geschenk für dich. Nein. Ja, doch. Döner. Oh, geil. Diese Knackfolie, die hab ich gerade, also ich hab Post bekommen und mir gedacht, das ist ein geiles Geschenk. Da kannst du so während des Podcasts. Genau. Geil. Genau. Okay. Ends.